Hallo zusammen. Hallo. Wir haben heute Silvester. Jawohl. Und da wollten wir uns noch bei euch mal melden. Wir waren ja zwischen den Jahren noch unterwegs. Ich weiß nicht, warum das zwischen den Jahren heißt. Das ist ja eigentlich nur zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber so sagt man halt. Da waren wir noch unterwegs, haben wir drei Stellplätze vorgestellt. Die kommen als erste Filme dann jetzt im neuen Jahr. Und natürlich, weil jetzt ein besonderer Jahreswechsel ist, deswegen wollen wir da auch nochmals mit euch anstoßen. Das haben wir jetzt vor. Immer wenn ein neues Jahrzehnt beginnt, stoßen wir mit euch an. Und wenn ein neues Jahrhundert beginnt, dann kommen wir persönlich bei euch vorbei. Hört, hört. Hört, hört. Wenn ihr noch lebt. oder wir kommen als Geist. Hört, hört. Ja. Okay, also das ist ein anderes Thema. Jetzt machen wir es mal dieses Jahrzehnt. Ja. Und da stoßen wir jetzt dann gleich noch mit euch an. Wir zeigen euch aber jetzt, damit es nicht zu langweilig wird, bis zum Jahreswechsel, zeigen wir euch noch drei Ausschnitte von den nächsten Stelltletzen, die wir euch vorstellen. Und dann kommen wir pünktlich um 12 Uhr wieder. Bis dahin essen wir noch eine Kleinigkeit und feiern ein bisschen. Und genau. Nehmen Abschied von 2019. Ja. Einen schönen Jahr für uns. Und nehmen das 2020. Das machen wir dann gemeinsam. Genau. Also, bleibt wach. Wir kommen gleich wieder. Ja, bis später. Am Stelltletz in Höchenschwand. Höchenschwand heißt das. In Höchenschwand, ja. Gott sei Dank bist du dabei und kannst mich korrigieren. Jawohl. Und das liegt in Schwarzwald. Im Hochschwarzwald. Am Natursportplatz. Was auch immer das ist. Hallo zusammen. Hallo. Also, wir haben jetzt durch Zufall einen ganz tollen Stelltletz entdeckt. Und zwar in der Nähe von Balingen, Albstadt, Zollernalpkreis. Ich blende mal eine Kanne dazu ein. Und da waren wir heute Nacht gestanden. Ein super Stellplatz. Einziger Nachteil ist, kein schlechtes Internet. Kein schlechtes Internet. Und dann findet man auch was. Genau. Und jetzt wollen wir euch natürlich auch noch verraten, wo wir stehen. Wir stehen in der Nachbarortschaft von Outlet City. Und Outlet City ist Metzingen, wo die Firma Boss herkommt. Und da gibt es viele Outlet Shops. Deswegen nennt man das schon Outlet City. Hast du das gewusst? Ja. War ja mal ein großer Bericht im Fernsehen. Also die, wo sie jetzt auch gewusst. Und neben Outlet City ist Kohlberg mit einem kostenlosen Stellplatz. Kostenlos und mit schöner Aussicht inklusive. Ja. Nur den Strom muss man halt bezahlen. Das ist was ja logisch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorsicht, Neuer! Da ist was los. Tschüss 2019! Willkommen 2020! Wir wünschen euch alles, alles Gute! Viel Spaß im neue Jahr! Und wir hoffen, ihr könnt uns alle begleiten. Wir werden uns sehr darüber freuen. Neuer! 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 Macht's gut 2020! Wir hoffen, ihr seid alle wieder dabei! Wart uns treu! Dann geht die Post doch bei uns! Alles Gute! Alles Gute! Dann geht's! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020